Hallo. Schönen Tag. Guten Tag. Lia Schmidt am Telefon. Über Kryptowährungen möchte ich dich informieren. Ja. Kriptowährungen, das ist digitales Geld, ja? Wissen Sie schon. Ja, das weiß ich. Sehr schön. Haben Sie etwas gemacht mit Kryptos oder mit Aktien? Wie, was gemacht? Sie wollen mich informieren über Kryptos und fragen mich nach Aktien? Warum? Wer sind Sie überhaupt? Ich möchte wissen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder nicht? Warum? Ich kenne Sie doch gar nicht. Warum sollte ich Ihnen das erzählen? Okay, was möchte ich? Ach Thomas, ich bin leitende Beraterin von Beratungsunternehmen. Ja, und von welchem? Von AA Partners Group. Ach, okay. Mit Hilfe unserer Unternehmen, Sie können monatliches Profit von 40 bis 60 Prozent bekommen. Ja, und mit wem wollten Sie... Ich möchte Ihnen das anbieten. Und wem wollten Sie sprechen? Mit Herr Thomas Hadamfik. Ah ja, mhm, okay. Jetzt darf ich fragen, haben Sie etwas gemacht mit Kryptos? Nö. Und? Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen? Haben Sie selbst oder mit jemandem gemacht? Verstehen Sie, was ich sage? Was haben Sie gesagt? Ja? Ich habe gesagt... Ja? Was? 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 Also, äh, Sie rufen mich an und wollen wissen, ob ich irgendwas mit Kryptos gemacht habe. Und ich sage nein. Und Sie fragen, ob ich gute oder schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe nicht gehört. Entschuldigung, Herr Thomas. Herr Hadamzig ist mein Name. Hadamzig. Sie? Ja, ist richtig. Sehr schön. Herr Hadamzig, haben Sie Internetzugang? Ich werde Ihnen zeigen, wo wir arbeiten. Ja, habe ich natürlich, aber... Gut, aber Sie können mich... Ich habe jetzt noch ein bisschen... Ich habe einen Termin in fünf Minuten. Sie können mich ja dann vielleicht in einer halben Stunde oder so nochmal anrufen. Okay, kein Problem. Dann, die später hat Herr Hadamzig. Ja, okay. Bis dann. Okay. Ich werde... Hallo? Herr Hadamzig, Lea Schmidt am Telefon. Ja? Wir haben ein Termin ausgemacht. Gerade haben Sie Zeit? Ja, jetzt habe ich Zeit. Sehr schön. Haben Sie Android oder iPhone? Wieso? Was geht das... Was hat das damit zu tun, ob ich Zeit habe? Ja, Sie haben Zeit. Ich werde Ihnen zeigen, wo wir arbeiten. Und was hat das mit meinem Telefon zu tun? Ich werde Ihnen buchstabieren, eine Webseite, wo wir arbeiten. Verstehen Sie das? Ja gut, dann... Verstehen Sie das? Dann buchstabieren Sie mal los. Okay. Okay. Welche haben Sie Android oder iPhone? Ich habe weder noch. Was haben Sie? Ich habe ein altes Nokia. Ja. Wo haben Sie Ihre Daten eingegeben? Bitte? Sie haben schon gesagt, dass Sie haben Internetzugang, richtig? Richtig. Wo haben Sie diesen Internetzugang? Auf meinem Computer. Okay. Öffnen Sie wieder Browser. Ja, Sie müssen nur anfangen zu buchstabieren. Okay. Schreiben Sie im Suchfeld. Öffnen Sie zuerst Klauseln und schreiben Sie. Ja, kommen Sie jetzt zur Sache oder ist das schwieriger zu buchstabieren? Bitte? Nochmal? Sie müssen mal ein bisschen dichter ans Mikrofon gehen. Ich höre Sie kaum. Haben Sie geöffnet? Browser? Sie wollten buchstabieren. Dann buchstabieren Sie doch endlich los. Okay. Schreiben Sie. Davy, Dora. Ja. Ja. Evie Emil. Ja. X. Ja. Minuszeichen. Ja. CV Theodor. Ja. LV Rihat. Ja. Avianten. Ja. Davy Dora. Ja. Evie Emil. Ja. Punkt. Was haben Sie geschrieben? Glauben Sie, ich bin zu blöd, das zu schreiben, was ich... Also, das glaube ich ja gar nicht. Arbeiten Sie sonst mit Kindern, dass Sie denen das immer nachfragen? Was haben Sie geschrieben? Na, Dextrade.com. Mein Gott. Genau. Suchen Sie. Was kommt, sagen Sie mir? Ja, die Seite von Dextrade.com. Aber die Frage ist, ist das Ihre Seite? Genau. Sind Sie von Dextrade.com, ja? Ja. Okay, gut. Was sehen Sie jetzt? Ich habe die Seite noch gar nicht geöffnet, weil... Okay, warten wir. Bitte? Ja. Warten wir. Ja. Ja, dann warten wir doch mal. Worauf warten wir denn jetzt? Herr Hadanzi, das soll... Bitte? Das soll dunkelblaue Webseite sein. Na gut, aber warum soll ich jetzt auf Ihre Webseite? Ich wollte erst mal was über Ihre Firma wissen. Okay. Dextrade, das ist öffentliche Plattform, wo können Sie Ihre eigene persönliche Konto erstellen. Das ist weltbekannte Webseite. Hier gibt es mehr als 2000 Kryptowährungen. Wir sind Beratungsunternehmen und wir arbeiten auf dieser Webseite. Dextrade. Also sind Sie das Beratungsunternehmen oder sind Sie Dextrade? Wir sind Beratungsunternehmen. Aha, also nicht Dextrade. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Dextrade Ihre Seite ist. Stimmt also nicht. Sie haben mich also schon belogen. Löschen Sie alles und schreiben Sie unser Unternehmen. Ja. Adi Anton. Ja. Zwei Mal. Ja. Partner. Ja. Grupp. Ja. Was kommt? Okay. Die Webseite von AA Partners Group. Genau. Das ist unser Unternehmen. Ja gut, okay. Und seit wann existiert Ihre Webseite? Von sieben Jahren. Mhm. Sieben? Sieben. Genau. Genau. Nee, stimmt nicht. Was stimmt nicht? Das stimmt nicht, sagte ich. Warum denn? Weil Ihre Webseite ab 30.10.2018 erstellt wurde. Das heißt, Sie lügen mich jetzt schon an. Nein. Doch. Sieben ist ja was anderes als... Was möchten Sie... Was möchten Sie noch wissen? Ja, zum Beispiel... Ach nee. Eigentlich möchte ich... Wenn Sie mich jetzt schon ganz am Anfang anlügen, dann möchte ich gar nichts von Ihnen wissen. Okay. Schönen Tag. Kein Problem, wie Sie wollen. Ja. Ich lass mich ungern anlügen. Scheiße. Ja, scheiße, ne? Hallo. 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 Guten Tag, Herr Karl. Ich grüße sehr. Herr Matthäus Larsson ist mein Name. Und ich melde mich vom Finanzmarkt. Wen wollen Sie sprechen? Wie bitte? Wen wollen Sie sprechen? Sind Sie Herr Karl... Sind Sie Herr Karl... Milsackhofer, ja? Ja, richtig. Milsackhofer ist mein Name. Genau. Genau. Herr Larsson spricht am Parat. Sie haben bei uns angemeldet, um das Interesse geäußert online zu handeln. Korrekt, ja? Ja, das ist richtig. Genau. Ich bin Kontoberater und kann ich Ihnen dabei unterstützen, auf Ihres Handelskonto vollständig zu aktivieren, okay? Okay. Gut, prima. Aber sagen Sie mir bitte erstmal, haben Sie alles verstanden, wie es funktioniert, oder haben Sie noch Fragen? Ich glaube bestimmt noch Fragen. Aber erzählen Sie erstmal... Beschreiben Sie doch mal, wie es funktioniert. Aha. Ich erfahre auch ganz kurz, okay? Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in dieser Richtung, oder ist es der erste Versuch, oder? Das ist nicht der erste Versuch. Okay. Überhaupt ist das kein Problem, weil Instagram-Plattform ist, Anfängersplattform zu sagen. Außerdem, nachdem wir das aktivieren... Was ist die Plattform? Sie sprechen etwas undeutlich. Das ist... Schauen Sie bitte. Ich meine... Das ist normalerweise Anfängersplattform, und dafür brauchen Sie keine Erfahrung, ja? Außerdem, nachdem wir das aktivieren, Sie bekommen einen Anruf von unserer Finanzabteilung, und Sie können mit hochqualifizierten Finanz-Experten zusammenarbeiten, und natürlich Geld profitieren. Verstehen Sie, was ich meine? Sie bekommen von unserer Seite hochqualifizierte Brot auch. Ja. Okay, gut. Für vollautomatische Plattform, für unsere Plattform, minimale Startkapital ist 250 Euro. Wissen Sie das, ja? Nee, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich's. Okay. Das ist minimale Startkapital von unserer Plattform. Sie können auch mit 500 Euro Ihr Handelskonto aktivieren. Das ist ein normaler Premium-Paket, und mit 1000 Euro, das ist ein VIP-Paket. Ja? Ja. Aber das ist keine Bezahlung, sondern dieses Geld müssen Sie von Ihrem Konto auf Ihr Handelskonto verschieben. Das ist Ihr Startkapital am Finanzmarkt. Dafür brauchen Sie sicherste Zahlungsmöglichkeiten, eine Zahlungsmethode. Entweder es ist PayPal, ganz normale Überweisung, und Visa oder Masterkarte. Ich meine Kredit- oder Debitkarte. Welche haben Sie? Allgemein nutzen Sie PayPal oder Online Banking? Ich benutze Banking. Ich überweise immer nur. Meinerseits nutzen Sie Online Banking, ja? Nee, ich gehe doch zur Bank. Okay, das ist auch kein Problem. Ah, Herr Karl, ich muss das sagen. Mailsack-Knopf ist mein Name. Wir kennen uns ja nicht, deswegen nennen Sie mich bitte bei meinem Nachnamen. Okay, sagen Sie mir bitte ganz ehrlich und direkt, Sie möchten sich Handelskonto aktivieren? Warum hätte ich mich sonst angemeldet? Nur weil ich meinen... Nur weil ich auf meinen Nachnamen bestehe? Okay, okay. Bist du Bullshitter, ja? Or Timelesser? Or... Verstehe richtigen Namen und Nachnamen. Bitte was? Verstehe richtigen Namen und Nachnamen. Bitte was? Verstehen Sie mal nicht so. Ich verstehe Sie gar nicht. Okay. Was ist Ihr Name? Was heißen Sie? Sagen Sie mal bitte? Ich verstehe Sie schlecht. Sprechen Sie mal ein bisschen Deutsch. Okay. Jetzt... Hast du verstanden? Du bist ein Idiot. Arschloch. Hahaha. Ein Betrüger, ein Betrüger. Hahaha. Ja. So schnell geht es einem Betrüger zu entlarven. Aha. Sind Sie dumm? Sind Sie dumm? Okay. Dankeschön. Ja gerne. Okay. Ich bin dumm. Dumme Betrüger lache ich gerne aus. Aha. Ja. Okay. Danke. Dankeschön, ja? Gerne. Dumme Betrüger. Wer von uns ist hier der Idiot? Der dumme Betrüger? Okay. Oder der, der die Sachen auf YouTube stellt? Hahaha. Okay. Ja, ja. Ein dummer Betrüger. Okay. Okay. Wollen Sie den YouTube-Zuschauer noch irgendetwas sagen? Wollen? Okay. Kein Problem. Ja, dann sagen Sie mal was den YouTube-Zuschauen. Okay. Ja, dann sagen Sie doch mal was. Ciao, ciao. Ah, Sie verstehen noch nicht mal was. Hm, ja, ja. Schon klar. Das ist perfektes Deutsch, was Sie sprechen. Ja, ja. Ist schon klar. Nun, sagen Sie doch was. Ach, jetzt kann er noch nicht mal mehr aufliegen. Na, dann warten wir mal ab, bis er aufliegt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Jason Reismann? Ja, das ist richtig. Herr Reismann? Super. Mein Name ist Victoria Goldstein. Ich melde mich von der Handelsplattform ICUSS an. Sie haben die Anmeldung am Wochenende getätigt. Von welcher Plattform? Ihre Plattform heißt ICUSS. Ja? So. Ja, wir sind mit Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, Forex zu tun. So. Sie haben die, Ihre Anmeldung sind gespeichert, aber bleiben bis jetzt ohne weitere Bearbeitung. Was passiert? Hatten Sie Fragen bei der Kontaktivierung oder Schwierigkeiten? Nö, ich habe irgendwie nicht genug Informationen auf Ihrer Webseite gefunden. Ach so. Kein Problem. Ich bin da, um Ihre Fragen zu beantworten. Welche Fragen haben Sie? Ja, zum Beispiel, wo sitzt Ihr Unternehmen eigentlich? Ah, das ist generell ein englisches Unternehmen, aber unser Sitz befindet sich in der Schweiz. Alle nötige Infos finden Sie also auf unserer Website. Und rechtliche Papiere auch, Herr Reismann. So. Sagen Sie bitte, hatten Sie schon Erfahrung in diesem Feld? Was ist jetzt lustig? Ah, nein, nein, ich habe also... Herr Reismann? Ja? Was ist jetzt lustig? Hat... Nein, nein, nicht so lustig, aber... Warum haben Sie dann gelacht, wenn nichts lustig ist? Nein, nein, nicht zu unserem Gespräch, Herr Reismann. Ja, Sie sprechen doch mit mir, warum lachen Sie dann? Ja, das war also eine Situation so, Herr Reismann. Okay, und Sie sitzen in der Schweiz? Genau, ja. Ja. Also, nur eine Frage. Hatten Sie schon Erfahrung in diesem Feld, oder? In welchem Feld? Ich bin kein Bauer. Ja. In dieser Branche, ich meine, also... Hatten Sie schon einmal gehandelt? Ich habe schon gehandelt, ja. Ah, super. So, und wie ist es gelaufen? Haben Sie allein gehandelt? Ja. Oder mit Broker? Mit Roboter-Systemen? Ich habe allein gehandelt. Also, hoffentlich haben Sie positive Erfahrungen, ja, Herr Reismann? Ja, richtig. Super. Bei uns steht zur Verfügung ein innovatives Roboter-System. Dieses Programm können Sie aktivieren. Das Programm arbeitet automatisch auf der Börse, analysiert über 600 Vermögenswerte und öffnet für Sie die Positionen. So, was sehr wichtig ist, Ihnen steht ein zugewiesener Senior-Analytiker zur Seite. Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mit Senior-Analytiker kontaktieren und professionelle Unterstützung bekommen, Herr Reismann. So, das heißt, Sie bleiben nicht allein in diesem Feld. Wir sind immer für Fragen da. So. Ja. Noch Fragen bitte, Herr Reismann? Ja, ähm. Ja gut, und mit was kann ich bei Ihnen allen handeln? Also, bei uns, wir sind mit verschiedenen Produkten zu tun, mit Kryptowährungen, Aktien, Forex, Rohstoffen. Also, mit welchen Produkten wollten Sie spekulieren, Herr Reismann? Oder in was wollten Sie investieren? Ja, ich wollte erst mal wissen, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Das war erst mal die Frage. Mhm. So. Mit Kryptowährungen, bitteschön. Mit Rohstoffen. Ja, okay. Mit Forex. Ja. Gut, okay. Und Sie sind eine Firma aus der Schweiz? Ja, ich schicke Ihnen gerne. Sie haben jetzt jason.reismann.jager.email, haben Sie gesprennt. Warte, aber ich hab Sie doch jetzt gerade im Telefon, da können Sie mir doch einfach Fragen beantworten. Oder nicht? Ja, ja, ich hab Ihnen gesagt, ich wollte nur diese Website schicken, damit Sie zusammenschauen können und also, Sie können es selbst dann sehen. Unsere Adresse auch. Ich glaube, ich hatte es irgendwie, äh, das ico-assets.com, ist das richtig? Genau. Ah ja. Genau, ja. Ja, okay. Also, äh, Sie sind also eine Firma aus der Schweiz. Wo sitzen Sie denn in der Schweiz? Die Adresse bitte mal. Also, die Adresse lautet, schreiben Sie bitte. Ja. Badener Straße 414. In Zürich sind wir. Ja? So. Okay, gut. Dann frage ich mich, warum rufen Sie denn mit einer österreichischen Telefonnummer an? Ja. Ja. Das ist ganz normal, Herr Reismann. Eine gute Frage. Ja. So funktionieren alle Callcenter. Ja. Nein. Wir arbeiten mit allen europäischen Ländern. Das ist... Wieso nein, Herr Reismann? Arbeiten Sie im Callcenter? Nein, aber meine Frau arbeitet da im Callcenter. Mhm. Und? Daher weiß ich, dass es nicht normal ist. Ganz normal, Herr Reismann. Nein, nein, es ist nicht normal. Und Sie sollten sagen... Ich sage Ihnen, es ist nicht normal. Wenn Sie aus der Schweiz anrufen, dann müssen Sie mit einer Schweizer Telefonnummer anrufen. Mhm. Und wenn Sie mir sagen, Sie rufen aus Österreich an, dann müssen Sie in Österreich sitzen. Also mit einer österreichischen Nummer... Also in Österreich... Darf ich bitte ausreden? Darf ich bitte ausreden? Ja, ja. Ja, ja, bitte. Wenn Sie aus Österreich anrufen, dann müssen Sie in Österreich sitzen. Und eine Firma, die aus der Schweiz... Eine Firma, die in der Schweiz sitzt, sollte mit einer Nummer aus der Schweiz anrufen. Das ist für Sie wichtiger oder, Herr Reismann, wichtiger ist, was danach kommt? Es ist wichtig, um zu wissen, ob eine Firma seriös ist. Natürlich. Natürlich seriös und mit uns können Sie gut verdienen. Deswegen frage ich, diese Telefonnummer ist wichtiger oder was danach kommt? Das gehört alles zum Gesamtpaket. Das gehört alles zum Gesamtpaket. Gut. Sie sind eine seriöse Firma. Wo sind Sie denn als Finanzdienstleister denn reguliert? Ja, natürlich alles reguliert. Ja, wo denn? Wir sind ein lizenziertes Unternehmen. Wo haben Sie denn jetzt... Nee, ich frage Ihnen, ich habe Sie jetzt am Telefon. Da können Sie mir doch jetzt sagen, wo Sie reguliert sind. Ich schicke gleich Ihnen unsere Website. Sie können ruhig alles registrieren. Sie können es mir... Wollen Sie es mir nicht sagen? Nein, nein. Ich bin ja auch unter Managerin. Möchten Sie nicht? Meine Aufgabe? Okay. Wenn Sie mir meine Fragen nicht beantworten wollen, dann werde ich mit Sicherheit bei Ihnen nicht investieren. Ganz einfach. Wieso? Wieso? Wirklich schade. Weil Sie mir meine Fragen nicht beantworten. Die einfachsten Fragen. Ja. Die können Sie augenscheinlich nicht beantworten. Ich habe Ihnen also gesagt, ich schicke Ihnen Infos. Sie können ruhig lesen, Herr Reismann. Nein, ich... Nein, nein, nein. Ich möchte die Fragen von Ihnen beantwortet haben. So. Ich bin... Ja, ich möchte noch sagen... Sagen Sie mir doch einfach die Informationen, die ich wissen möchte. Ich bin ja Konto-Managerin. Meine Aufgabe besteht darin, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren. Alle weiteren Fragen können Sie mit dem Senior-Analytiker sprechen. Ja, dann geben Sie mir bitte den Senior-Analytiker. Dann kann ich ja mit dem sprechen. Senior-Analytiker, also bekommen Sie nach der Aktivierung Ihres Handelskontes, Herr Reismann. Ach so! Das ist unser offizieller Vorsitzender. Ich lache Sie schon aus, ja. Ich soll erst einzahlen, bevor ich meine Informationen bekomme. Was finden Sie lustig? Was finden Sie lustig? Ja, das versuche ich Ihnen gerade zu sagen, wenn Sie mich ausreden lassen würden. Ich soll erst einzahlen und dann bekomme ich die Informationen, ob diese Plattform reguliert ist. Habe ich denn Sie da richtig verstanden? Ja, ich habe richtig verstanden. Ich habe Ihnen gesagt, alle diese rechtlichen Papiere und alles, also können Sie schon mit Senior-Analytiker sprechen. Ja, nachdem ich eingezahlt habe. Nachdem ich bezahlt habe. Richtig? Sie bezahlen nicht. Sie einzahlen. Doch, ich zahle ein. Diese Einzahlung machen Sie für sich selber. Doch, natürlich. Nachdem ich bei Ihrer Plattform eingezahlt habe. Genau das. Ja. Ich bekomme meine Informationen erst nachdem ich einbezahlt habe. Gibt es Leute, die auf sowas reinfallen? Herr Reifmann, ich möchte nur sagen, diese Einzahlung machen Sie für sich selber, nicht für Miet oder jemanden. Haben Sie überhaupt zugehört, was ich sage? Übrigens, wie alt ist denn Ihre Firma? Ja. Wie alt ist denn Ihre Webseite? Das ist also 70 Tage alt. Sie belügen und betrügen. Herr Reifmann? Sie sind eine Betrügerfrau. Herr Reifmann, darf ich fragen? Ja, dürfen Sie. Darf ich fragen? Sie dürfen weiter lügen. Ich glaube Ihnen sowieso nichts. Alles klar. Wieso haben Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen mit Angst und Zweifel im Herz? Wieso? Nein, ich habe meine Kontaktdaten hinterlassen, damit ich Betrügerfirmen wie Ihre auf YouTube losstellen kann, damit viele Leute über Sie lachen. Ja, genau so. Alles klar. Ja, alles klar. Ich verstehe. Wollen Sie doch irgendwie... Dann wünschen Sie alles lieber. Ja, machen Sie Business, ja? Ja, mache ich natürlich. Mache ich natürlich. Wollen Sie doch irgendjemanden wünschen von den YouTube-Zuschauern? Nein, ich habe keine Lust. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe meine Arbeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Und alles bitte. Betrügen ist also Ihre Arbeit. Ja, Ihnen keinen schönen Tag. Hallo. Hallo, I'm speaking to Jens Nesbart. Äh, was? Hallo. Du bist Jens Nesbart? Ja, das ist richtig. Wer spricht da? Ich bin Jason. Du hast ein Meldung Konto mit Prime Markets. Bitte? Bitcoin Bank One Step. Bitcoin Bank One Step. Ich verstehe Sie leider nicht. Bitcoin Bank One Step. Du hast ein Konto mit Prime Markets. Du? Ich bin... Würden Sie mich bitte siezen? Wir kennen uns nicht. Sie reden mich nicht mit Du an. Nein. Mein Name ist Jason. Ich melde mich von Prime Markets wegen einer Anmeldung, das Sie bei unserer Verbindung gemacht haben. Sprechen Sie auch Deutsch? Ich möchte gerne... Ich möchte gerne sagen, dass Sie ein Handelskonto bei uns... Ja, ich spreche Deutsch. Ne, das ist sehr schlechtes Deutsch. Okay. You speak English? Nein. Sie rufen ja auch in Deutschland an. Einen Moment. Ja. Und nun? Hallo. 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 Ja, Grüß Gott, Grüß Sie. Luisa Bergmann bin ich. Es tut mir leid für dein Missverständnis, aber der Kollege ist ja neu hier im Büro. Also ich werde Sie ja weiterhelfen. Herr Naseberg, ich weiß noch nicht, ob Sie mitbekommen haben, aber wir sind ja im Finanzinstitut. Unsere Firma heißt die Prime Capital AG und wir beschäftigen uns mit Onlineinvestitionen in der Börse. Wissen Sie ja schon, was das ist oder Erfahrungen haben Sie ja noch? Ich weiß, was Onlineinvestitionen sind, ja. Okay, und sind Sie noch aktiv zu den Branchen? Ich bin aktuell nicht aktiv, nein. Gibt es ja einen Grund? Herr Naseberg, weil aktuell, wenn Sie auch irgendwie die Nachrichten verfolgt haben, die Börse läuft ja mega profitabel. Besonders auf dem Kryptobereich. Wir haben Bitcoin, das innerhalb von zwei Wochen von 18.000 ist einfach auf dem Deckel in einem Wert von 5, also liegt in einem Wert von 25.000. Herr Naseberg, und gleich wie Bitcoin wird ja auch der Yuan-Coin ja auch steigen. Wissen Sie aber warum? Und woher wissen Sie das? Wieso? Wenn Sie die Nachrichten verfolgen, könnten Sie das auch bemerken. Und da weiß ich schon sowas, weil das ist ja mein Job, mein Arbeit. In den Nachrichten wird nicht gesagt, dass der Yuan-Coin hundertprozentig steigt. Ist ja erwartet, habe ich auch erwähnt, Herr Naseberg, dass Sie noch die Nachrichten verfolgen. So wissen Sie auch, dass die Saudi-Arabien wird ja auch die Öllieferungen nicht mehr, also per Dollar die Einzahlung enthält, sondern per Yuan-Coin. Und das in dem Fall bedeutet auch... Nee, das... Nein, das hat das... Nein, 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 das stimmt nicht. Öllieferungen werden weiter mit Dollar bezahlt. Nee, durch China nein. Ja, na gut, aber das hat ja nicht... Durch China, aber Öllieferungen werden in Europa nicht mit China-Coins bezahlt. Naja, in dem... Naja, klar. Ja, Sie... Also haben Sie doch recht. Aber wenn wir... Aber wenn wir... Dafür haben Sie recht, habe ich, habe ich, an was ich ja schon gesagt habe, Herr Naseberg. Na gut, das ist aber schwer zu verstehen, weil Sie sprechen ein sehr komisches Deutsch. Aber kein Problem. Naja... So, welche Firma sind Sie dann jetzt? Versuche ich zu lernen sowieso, Herr Naseberg. Die Prime Capital AG, so heißt unsere Firma. Wie... Wie schreibt sich das? Können Sie mir das buchstabieren? Prime, Petra, Richard, Ida, Martha, Emil. Ja. Dann haben wir Capital... Ein Wort, durchgeschrieben. Genau, Capital AG. Capital... Mhm, AG. Punkt AG? Oder... Die... Die Internetseite? Genau. Einfach... Einfach AG. Könnten Sie das aus... Hier werden Sie sofort auf der Internetseite ja landen. Ja, na... Prime Capital Punkt AG gibt es nicht. Die Internetseite. Nee. Mit der... Nein, stimmt ja nicht so. Sondern werden Sie einfach diesem Wort erscheinen, der Name von der Firma und zu folgen kommt ja die Webseite. Ja, ich möchte ja gerne Ihre Webseite wissen. Also, wie ist Ihre Domainendung? Oh, okay. Moment mal. Wissen Sie das nicht auswendig? Dann haben Sie Prime... Na ja, klar weiß ich ja auch auswendig. Schreiben Sie es mal. Schreiben Sie Prime, wie Sie das schon haben. Alles zusammengeschrieben. Ein Wort. Market. Also nicht Prime Capital? Nee. Sondern Market. Achso, okay. Prime... Market... Market... Genau. Mit... .com. Market oder Markets mit S? Mit S am Ende. Mhm. Mhm. Okay. S... .com. Okay, haben Sie es? Die Frage. Freimarkets.com. Okay. Gut. Dann habe ich Ihre Seite. Gut. Äh... Was schauen Sie? Ich... Ich schaue mir das jetzt erstmal an. Gut. Äh... Oh, okay. So. Also, äh... Das ist jetzt Ihre... Ihre Plattform. Genau. Was für eine Farbe hat die Seite? Bitte? Ich... Ich schaue es mir erstmal an. Ich habe jetzt erstmal ein paar Fragen. Äh... Seit wann besteht denn diese Webseite? Und Ihre Firma? Das könnten Sie denn noch selber denn schauen, wenn Sie mal auch ganz runter hier gehen. Können Sie das nicht sagen? Ich habe Sie doch jetzt gerade am Telefon. Na ja, klar. Ich sage es Ihnen. Seit 2017. Seit 2017. Mhm. Seit 2017 besteht dieses... Diese... Nee. Stimmt nicht. Nein. Stimmt nicht. Wieso stimmt nicht? Diese Domain ist gegründet... Diese Domain ist gegründet am 23.09.2007. Also nicht 17. Vielleicht sind Sie dann falsch. Was für eine Farbe hat die Webseite? Sie haben mir gesagt PrimeMarkets.com. Genau. Und die habe ich gerade überprüft. Okay. Aber das bedeutet nicht, dass wir sind auf der richtigen Seite. Warum nicht? Wenn ich die... Wenn ich... Okay. Wie haben Sie es überprüft? Im Internet kann man Webseiten überprüfen. Ja, aber... Und das, was Sie mir gesagt haben... Ist... Äh... Nicht von 2017. Sondern von 2007. Nein. Doch. Das ist nicht so. Ja, doch. Das ist ja nicht so. Also... Okay. Es ist so. Wo schauen Sie dann? Weiß ich ja nicht. Weil hier bei mir ist es anders. Ich sage es doch. Ich sage es doch. Ich sage es doch... Ich arbeite ja in der Firma. Und bei der Firma, bei unserer Firma ist es anders. Na, 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 na. Hören Sie auch mal zu oder wollen Sie nur labern? Okay. Sagen Sie mir bitte. Ich höre Ihnen. Also... Man kann im Internet auf Webseiten überprüfen, wann irgendwelche Webseiten registriert wurden. Und 2017 ist nicht Ihre Webseite registriert worden, sondern 2007. Das heißt, Sie haben mich schon angelogen. Nein, habe ich nicht. Doch, offensichtlich. Auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Wenn Sie auch auf unsere Webseite gehen, könnten Sie dasselbe überprüfen. Ich überprüfe die da, wo Webseiten registriert sind. Das ist die offizielle Behörde, wo man das überprüfen kann. Dann vielleicht stehen da falsche Daten. Die Behörde macht falsche Daten. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja, natürlich. Die Behörde macht falsche Daten. Okay, aber dann machen wir doch mal weiter. Äh, primemarkets.com. Okay. Sie sind eine Firma. Wo ist Ihr, äh, ist Ihr Firmsitz? Mhm. Unsere Firmsitz, also, der Hauptzentrale meinen Sie? Oder wo ist Ihnen jetzt an? Richtig. Der rechtliche Sitz Ihrer Firma. Unser Hauptzentrale, das ist ja in England. Mhm. Und warum rufen Sie mit einer belgischen Telefonnummer an? Und warum rufen Sie mit einer belgischen Telefonnummer an? Weil es schon wie von unserem, äh, Büro in Belgien. Wir haben nicht nur eine Abteilung, nicht nur ein Büro, sondern verschiedene Büros. Okay, prima. Und Ihr, Ihr Hauptsitz ist in, in Großbritannien, sagten Sie? Genau. Und wo sind Sie da reguliert als Firma? Von FCA. Ja. Okay, dann überprüfen wir das doch mal ganz einfach. So. Okay. Dann geben Sie mir bitte mal Ihre, äh, Lizenznummer von der FCA. Denn in dem Fall sollten Sie ja bei unserer Webseite gehen. Nein, ich gehe direkt auf die, nein, ich gehe direkt auf die Webseite der FCA. Da kann ich das überprüfen. Super. Dann geben Sie mir bitte mal die Lizenznummer. In Ordnung. In dem Fall, wenn Sie solche Sachen machen wollen, gehen Sie sofort auf unsere Webseite, finden Sie dort unsere Regulation. Also, also haben Sie keine Regulation. Wo steht das denn auf Ihrer Webseite? Gehen Sie mal rein und überprüfen Sie. Ja, wo steht es denn auf Ihrer Webseite? Sind Sie auf der Webseite? Ja. Wo steht es denn auf Ihrer Webseite? Was schauen Sie? Wo steht es auf Ihrer Webseite? Was schauen Sie? Ich sehe Ihre Webseite. Wo steht es auf Ihrer Webseite? Okay, was schauen Sie, damit ich weiß, dass Sie auf unserer Webseite ja sind? Ich sehe die Prime Markets Webseite. Äh. Login. Open Life Account. About us. News. Accounts. Team. Tools. Plattforms. Contact. Prime Markets. In primis. Sempa. Primus. So. Und wo steht jetzt auf Ihrer Webseite? Hallo. 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 Was ist los mit Ihnen? Moment mal, ich habe einen anderen Anruf gekriegt. Warten Sie mal kurz in der Leitung. Nee, warte ich nicht. Warte ich nicht. Okay, Sie können ja dann nochmal anrufen, wenn Sie den anderen Anruf beendet haben. Wir sehen uns auch so. Die Family Lego- Stattoke Sie Spirit-Signal. Wir sehen uns auch. Dann 구 pissed es auf ihn. doch mal. ��